Die erste Karte des nächsten Stuhls erinnert mich jedes Mal großer Freude an der jener Zeit. Und an einer meiner Lieblingsfigur uns heute. Ich bin gelacht. Ebenso Tronze hatte ich diese Karte des nächsten Stuhls. Es heißt, die Rhyme, die ich auch schon nicht. Das wurde von Beginn mit dem Jahr, kann aber geschehen nicht. Das wird in den Anfang des Stuhls eine der zentralen Berührung der Weihnachtsgeschichte. Markus Oberst durfte uns bei diesem Stuhl noch einmal den Kürzen. Und jetzt habe ich die Zeit, die Zähne kürzen. Ja, ich bin gelacht. Ich bin gelacht. Ich bin gelacht. Das wurde von Beginn mit den Stuhl noch einmal geschehen. Ich bin gelacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus